Das fängt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Einen schönen guten Morgen an diesem 19. April, dem hoffentlich letzten Tag der Arbeitswoche. Mein Name ist Florian Sädler und ich hoffe, Sie haben einen guten Start in diesen Freitag. Der Donnerstag gestern begann mit einer Eilmeldung. In Bayern sind zwei deutsch-russische Staatsangehörige verhaftet worden, weil sie für Russland spioniert haben sollen. Die Männer sollen mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgespäht haben. Laut Bundesanwaltschaft etwa Einrichtung der US-Streitkräfte. In den Vorwürfen stehen Formulierungen wie Verabredung zur Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion, Brandstiftung, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Sicherheitsgefährdnis abbilden militärischer Anlagen. Ziel war laut Generalbundesanwalt insbesondere, die Hilfe für die Ukraine zu unterminieren. Parallel dazu läuft gerade auch der Prozess gegen einen früheren BND-Mitarbeiter, der ebenfalls für Russland spioniert haben soll. Das hört sich erstmal alles sehr geheim und heikel an. Bevor wir dabei einen kleinen Blick hinter den Vorhang werfen, schauen wir uns noch die Meldung des Tages an. Ich bin Fabian Hoffmann. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Palästinenser müssen bei den Vereinten Nationen weiter auf eine Vollmitgliedschaft warten. Die USA haben bei einer Abstimmung ihr Veto eingelegt. Denn damit würde ein Palästinenser-Staat anerkannt werden, so Washington. Der Vollmitgliedschaft wollen die USA aber nur nach der Einigung auf eine Zwei-Staaten-Lösung mit Israel zustimmen. Die Palästinenser haben seit 2012 einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Sie fordern aber seit Jahren eine Vollmitgliedschaft. Im historischen Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump stehen jetzt die zwölf Geschworenen fest. Wir haben unsere Jury, sagte der zuständige Richter in New York. Damit könnte es bereits Montag erste Zeugenaussagen geben. In dem Prozess geht es um eine Schweigegeldzahlung an Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels. Die Zahlung soll Trump kurz vor der Wahl 2016 durch die Fälschung von Geschäftszahlen vertuscht haben. Es ist der erste Strafprozess der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten. Er soll zwischen sechs und acht Wochen dauern. Die Fassade der alten Börse in Kopenhagen ist nach dem verheerenden Großbrand eingestürzt. Das teilten die Einsatzkräfte am Abend in der dänischen Hauptstadt mit. Verletzt wurde niemand. Sämtliche Arbeiter wurden vorher in Sicherheit gebracht. Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen. Etwa die Hälfte des historischen Gebäudes brannte ab. Hunderte Kunstwerke, die sich in der Börse befanden, konnten gerettet werden. Und damit zurück zum mutmaßlichen Spionagefall aus Bayern. Mein Kollege Sven-Felix Kellerhoff ist bei Welt leitender Redakteur für Geschichte. Sven-Felix kennt sich mit so ziemlich allen historischen Themen sehr gut aus. Spionage ist aber eins seiner Steckenpferde. Er hat darüber unter anderem ein Buch geschrieben, das wir in den Shownotes verlinken. Ich habe ihn getroffen und ihn gebeten, mal einen historischen Bogen zu spannen zu Agententätigkeiten in Deutschland. Von der Anfangszeit bis zu Fällen wie diesem aktuellen. Hi Sven-Felix. Hi. Am Donnerstag ging ja die Eilmeldung über die Ticker, dass zwei Männer wegen des Verdachts der Spionage für Russland verhaftet worden sind. Hat dich das überrascht, als du das gesehen hast? Nicht wirklich. Also, dass die russische Botschaft in Berlin und generell in Deutschland eine der größten in aller Welt ist, ist bekannt. Und Funktionen für all diese Menschen, die die russische Botschaft hier in Berlin beschäftigt, die gibt es eigentlich in der Botschaft nicht. Ich bin immer schon davon ausgegangen, dass das eine sehr große Filiale der verschiedenen Dienste ist. GRU, SWR, FSB, was auch immer. Was droht den Menschen, die wegen Spionage gegen ihr Heimatland, in diesem Fall in Deutschland, verhaftet worden sind? Weil als Verräter hingerichtet, wie das ja damals manchmal der Fall war, werden sie jetzt ja wohl nicht. Ja, Gott sei Dank gibt es die Todesstrafe nicht mehr. Aber sie machen sich tatsächlich strafbar des Landesverrats. Paragraph 94 Strafgesetzbuch. Und das ist eine Mindeststrafe, wenn sie verurteilt werden, von einem Jahr. Allerdings ist in den Fällen, in denen die Bundesanwaltschaft dann tatsächlich zugreift, eigentlich regelmäßig davon auszugehen, dass es sich um schwere Fälle handelt. Und das ist die Mindeststrafe fünf Jahre bis hinauf zu lebenslänglich. Also es ist eines der ganz, ganz wenigen Delikte, bei dem es ohne Mord eine lebenslängliche Haftstrafe geben kann, was ja in Deutschland so ungefähr 18 bis 20 Jahre bedeutet. Du hast dich mit dem Thema Spionage ja ziemlich ausführlich beschäftigt und sogar ein Buch darüber geschrieben. Es liegt gerade vor dir auf dem Tisch. Wann ging das in Deutschland eigentlich los? Also wer waren quasi die Ersten, die uns ausspioniert haben? Also Spionage oder Informationsgewinnung ist natürlich etwas, was schon seit tausenden Jahren mit der Diplomatie zum Beispiel eng verknüpft ist. Aber so etwas wie professionelle Spione, wie Leute, die das also zum echten Handwerk ausgebaut haben, das beginnt eigentlich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Das sind dann vor allem Briten, die aus der Oberschicht kommen, die mal als Touristen oder eben auch als Diplomaten, manchmal gerne auch als Journalisten getarrt unterwegs sind und Informationen sammeln und nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren hat es sich dann weitergehend professionalisiert. Seitdem gibt es auch MI5 und MI6 in Großbritannien. Es sind entsprechende ähnliche Dienste im Ersten Weltkrieg in Deutschland aufgebaut worden, in den USA noch nicht. Aber seitdem ist eigentlich eine professionelle Spionage gegeben. Und in der Zeit nach 1945, also in der Zeit des Kalten Krieges, war natürlich die Frontstadt Berlin eines der absolut wichtigsten Zentren für Spionage und Spione in der Welt. Ja, davon handelt ja auch dein Buch. Unterscheiden sich denn die Aufgaben solcher Spione heute grundlegend von denen aus beispielsweise dem Kalten Krieg oder früherer Zeiten? Oder machen die letztlich immer noch das, was sie ja eigentlich irgendwie immer in irgendeiner Form getan haben, nämlich irgendwie Informationen zu beschaffen? Grundlegend hat es sich wohl nicht gewandelt. Neu hinzugekommen ist Industrie-Spionage. Das ist jedenfalls in der Zeit bis, sagen wir mal, 1960, 1970. Keine so richtig wichtige Frage. Das wird heute aber auch von staatlichen Geheimdiensten ganz stark betrieben. Zu den Ersten, die das so stark betrieben haben, gehörte übrigens die Stasi. Die hatte in ihrer Hauptverwaltung Aufklärung, also ihrer Auslandsspionage, eine eigene Abteilung für Wirtschaftsspionage, bei denen eben auch ganz systematisch Techniken ausgespäht wurden. Was sich natürlich verändert hat gegenüber früheren Zeiten, sind die Methoden. Denn digitale Informationssysteme, die man hacken kann, die man also im Prinzip von überall auf der Welt auslesen kann, wenn man denn reinkommt, die gab es natürlich in Zeiten des Kalten Krieges nicht. Da musste man andere Methoden anwenden. Da musste man jemanden finden, der Pläne fotografiert mit einer Mikrokamera oder Dinge auf den Fotokopierer legte oder auf ein Tonband vorlas. Auch das gab es, wenn es keine Kopiermöglichkeiten gab, in Zeiten, in denen es eben noch keinen Xerox gab. Also die Methoden haben sich geändert. Heute kann jeder mit dem Handy sofort super scharfe Fotografien von einem Dokument machen, das ihm vorliegt. Oder eben Dinge hacken. Aber im Grundsatz hat es sich nicht geändert. Es geht immer noch darum, Staatsgeheimnisse oder eben Wirtschaftsgeheimnisse zu stehlen, sodass man entweder einen strategischen Vorteil hat oder sich Entwicklungskosten und Ähnliches sparen kann. Wie gefährlich und wie weit verbreitet ist Spionage in heute? Ist das vielleicht auch was, was wir in der Bedeutung unterschätzen? Weil man ja beispielsweise bis auf solche Einmeldungen wie die, die eben dann am Donnerstag gekommen ist, ja eigentlich recht selten was von diesem Thema wirklich mitbekommt. Wir unterschätzen die Bedeutung von Spionage ganz sicher. Denn all die Fälle, die wir wahrnehmen in der Öffentlichkeit, das sind ja gescheiterte Fälle. Der gute Spionagefell aus Sicht der Auftraggeber ist ja einer, der nie öffentlich wird. Und aus diesem Grund allein schon ist es so, dass wir sicherlich unterschätzen, welche Bedeutung das hat. Wir sehen es natürlich auch an bestimmten Beispielen. Ganz selten mal ist es so, dass ein Geheimdienst ein paar Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte später so stückweise was bekannt gibt. Also 1974 zum Beispiel haben die Briten stückweise bekannt zu geben begonnen, dass sie im Zweiten Weltkrieg die deutsche Enigma entschlüsselt hatten. 1974 oder erst vor wenigen Jahren, ich glaube 2019 war es, hat der BND mehr oder minder unwillig bekannt gegeben, dass sie über Jahrzehnte hinweg eine Firma für Chiffriergeräte in der Schweiz so unterwandert hatten, dass diese Chiffriergeräte eigentlich an alle möglichen Leute verkauft wurden. Aber der BND zusammen mit der CIA immer einen Nachschlüssel zu diesen Chiffrierten Nachrichten hatte. Das ist auch eine Aktion, die erst vor wenigen Jahren bekannt gegeben worden ist. Und das ist natürlich dann auch eine Art Öffentlichkeitsarbeit eines solchen Dienstes. Wenn die Dienste immer nur Kosten ihrer Erfolge nicht erzählen können, dann wird irgendwann die Neigung, sie für nicht wichtig zu halten, zu übermächtig. Und dann lässt ein kluger Geheimdienstchef die eine oder andere derartige Information mal durchsickern und hat auf diese Art und Weise dann einen Erfolg in der Öffentlichkeit und kann möglicherweise für das aktuelle und künftige Handeln seines Dienstes mehr herausholen. Der Fall jetzt war ja in Bayern. Dein Buch handelt vor allem von Berlin. Ist Berlin immer noch die Hauptstadt der Spione oder hat sich das inzwischen so ein bisschen aufgedröselt, wenn man so will? Also für die Wirtschaftsspionage ist Berlin sicherlich nicht der attraktivste Ort. Das liegt einfach daran, dass wir in Berlin keine nennenswerte Wirtschaft mehr haben. Aber politisch natürlich schon. Also ich bin immer davon ausgegangen. Dass alle Dienste, und zwar sowohl die westlichen wie die östlichen, wie die asiatischen, wie China, aber auch Vietnam zum Beispiel, ein ganz aktiver Geheimdienst offenbar, die Handys der Bundesregierung und der Bundestagsabgeordneten abzuhören versuchen. Zu den dümmsten Sätzen, die Angela Merkel jemals gesagt hat, gehört dieses Abhören unter Freunden geht gar nicht oder so ähnlich. Man muss davon als Spitzenpolitiker ausgehen, dass man selbstverständlich im Fokus auch der eigenen Geheimdienste ist. Mir hat dann jemand vom BND erzählt, mehr kann man nicht sagen als jemand, dass es vielleicht nicht so gut war, dieser Satz. Denn auch der BND hört natürlich nach Möglichkeit auch westliche Partner ab. Also was man an Informationen bekommt, ist besser als das, was man nicht hat. Und mit jeder Information kann man irgendetwas erreichen. Also die Annahme, dass es sich da um etwas handele, was man unter Freunden nicht tue, ist ziemlich naiv. Danke für die Einschätzung. Sehr gern. Danke für die Einschätzung. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.